Moin ist Stefina Knochen wieder hier. Heute gibt es mal ein ganz spezielles Video. Das hatte ich eigentlich ursprünglich aufgehoben, um das einzufügen oder also meinen Pfeil rauszuschneiden, falls da Fails vorkommen, für eine Fail-Compilation oder eine Kill-Compilation, je nachdem. Und habe das ewig rumliegen gehabt. Das ist schon von Mitte September diesen Jahres. Und ich habe das nur aufgehoben, weil ich mir dachte, eigentlich, ich finde es irgendwie interessant. Irgendwie ist es auch hohl, aber irgendwie interessant, weil es ist das längste Gefecht, was ich mit einem Gegner hatte, seitdem ich spiele. Und ich spiele schon seit, weiß ich nicht, 2013 oder irgendwas. Irgendwie sowas in der Art. Ich habe das gar nicht mehr so genau im Kopf. Und also mein Gegner ist ein M18 und ich sage mal so viel später kommt noch ein zweiter M18 dazu. Und ich bin mit einem Nashorn unterwegs und ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, als ich mir das angeguckt habe, ich habe es eben gerade nochmal angeguckt, dachte ich, ich mache da so viele Fehler. Der Typ macht zwar auch irgendwas falsch, aber wie viel auf dem Nebenbein noch schief läuft. Und je länger ich mich auf diesen Typen konzentriere, desto unaufmerksamer werde ich und desto mehr habe ich einen Tunnelblick. Und ich fand das trotzdem ganz interessant und wollte das nicht wegschmeißen. Ich kann mal sagen, schaut euch das an. Ich werde keine Beats, keine Musik runterlegen. Ich schneide das nur so zurecht, dass es so ungefähr ab dem Punkt, wo es dann langsam losgeht, werde ich das dann, also, ne, könnt ihr euch das auch angucken. Und es läuft relativ lange. Und da passiert auch jetzt um mich herum auch nicht so viel. Es ist halt mehr so dieses wirklich, das ist ja wirklich wie Snipern. Ja, wie ein Scharfschütze, der wirklich gegen einen Gegner gegenüber liegt. Und beide versuchen sich gegenseitig zu killen. Also wir haben uns gegenseitig einige kritische Treffer rein gefahren und müssen auch mehrmals reparieren. Ähm, ich habe Fehler gemacht da. Ähm, wer sich das Video bis zum Ende anschaut, wird auch sehen, was ich da gemacht habe. Ich sage aber nicht, wer gewinnt. Vielleicht gewinne ich, vielleicht verliere ich, vielleicht machen sie mich kaputt. Oder ich habe nochmal Glück. Äh, Fortuna ist mir holt, sozusagen. Und ich schaffe das Ganze noch. Ähm, äh, ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Ähm, wie gesagt, das ist einfach nur so ein Gameplay nebenbei. Das war jetzt gar nicht geplant, dass ich das eigentlich so in der Form veröffentliche. Und, äh, ihr könnt euch selber nebenbei noch Musik laufen lassen. Dann wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Hahaha. Ansonsten, ja, wie gesagt, danke schon mal fürs Zuschauen. Viel Spaß noch. Äh, hätte lassen ein Abo, falls ich es noch nicht gemacht habe. Ansonsten, ähm, ähm, oder sonst, ne, heißt es ja. So, bis denn dann, haut rein! Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. . Valtuermark! Valtuermark! Der Töffen! Hupp in! Ja, treffer! Hupp in! Hupp in! Hupp in! Hupp in! weder Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Noch ein bisschen mehr und der Sieg hört uns. Lade nach! 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 Lade nach!